Willkommen meine Sturmtruppler! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Thema ARC, habe ich ein kleines Infovideo für euch. Der D4G-Server, die Season ist zu Ende, Imperium wurde als Sieger erklärt, als Alpha-Tribe und somit haben wir jetzt quasi eine Art Vibe verursacht. Der Vibe ist heute. Um 20 Uhr geht es wieder los mit dem Speed PvP bei D4G4, Ragnarok-Map. Die typischen Mods, die er schon jeweilige Videos mitbekommen hat. Militärvi und Co. Schnell an Techsache, wenn er wieder herankommt. Die Stats, wie sie jetzt genau werden, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt ganz schnell Video gemacht. Heute Abend um 20 Uhr, IP, blende ich euch hier ein. Mod-Liste werden auch in der Videobeschreibung und vielleicht sieht man sich auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Video. 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 Untertitelung. BR 2018